welcome back ladies and gentlemen ich bin salm psycho ich bin wieder im schluss mit einer weiteren runde waldheim in diesem video will ich euch etwas neues zeigen oder etwas ich sag mal so das geht so in richtung high end denn ich habe jetzt den fünften boss besiegt zusammen mit meinem bar die münsche axel und ich habe mir überlegt was kann man jetzt noch machen und damit ich auf die idee gekommen jetzt haben wir uns einfach einen loks oder eine loks armee besser gesagt münsche axel zähmt sich gerade eine two star wolf armee dazu gibt es auch noch mal ein video aber jetzt wollen wir uns erstmal loks sehen und ich habe auch mal ein bisschen das internet durchstümmert wie es die meisten leute machen oder viele leute machen und ich habe den tipp gelesen dass man das ganz mit stein machen sollten holzmauern werden oft von oder beiden von loks eigentlich relativ easy eingerissen doch es gibt eine leichtere variante und die seht ihr hier neben mir einfach ein loch fakt ist nummer eins ihr spart euch richtig viele ressourcen denn so steinmauern kosten todes viel ihr braucht doch eine schmiede und alles also ein stein mit richtig nervig und das ist eigentlich so die beste variante kann man mit allen möglichen tieren machen man kann sie auch mit allen möglichen gegnern machen einfach ein loch graben wenn er zu haarig wird läuft da rein gegner springt rein ihr springt raus und seid safe und genauso werden wir es jetzt mit loxen tun loxe haben eine oder ja das größte probleme am loxen ist dass sie oftmals in ruden unterwegs sind wir wollen natürlich nur einen polen und keine zwei deswegen offen wir einfach mal dass wir nur ein polen dann wartet ihr bis euch angreift ihr geht ins loch rein der lox ihr seht das leider die problematik an loxen dass sie auch gerne mal wieder umdrehen wenn sie kein damage kassieren eigentlich sind loxe friedfertig ja und damit musste jetzt kämpfen ihr müsst versuchen ihn einfach hier rein zu bekommen natürlich außen rum schauen ob hier kein goblin kommt und ich werde jetzt einfach die loxe pullen in der hoffen dass sie endlich mal loch steigen und wir sehen uns einfach gleich wieder lachse sind auf jeden fall ein bisschen schwieriger als andere tiere das gute ist wie gesagt ihr könnt ihr theoretisch auch die bären einfach in den den arsch schieben aber alles in allem so auf die art und weise könnte es auch machen dann könnt ihr hier einfach die bären rein werfen und könnte dann chillen einzige schwierigkeit ihr merkt schon hallo er macht headbanging genau einzige schwierigkeit dabei ich auch es eben ihr müsst euch theoretisch unter den lox graben so auf die art und weise durch die animation funktioniert es nicht denn er macht dadurch keine vorwärtsbewegung auf jeden fall nervig aber letzten endes haben jetzt hier unseren lox eben im loch den anderen lox könnten wir theoretisch auch noch rein locken aber ja nimmt auf jeden fall genug essen mit ihr seht schon was ich jetzt hier dabei habe oder was ich hier unten gegessen habe hier habe ich es nochmal die pasteten oder beziehungsweise loxfleisch-pastete dann hier gekochtes schlangenfleisch und ich hatte noch ein brot dabei also ihr braucht auf jeden fall viele leben das gute ist ab dem moment wo der loch der lox dann in das loch droppt das ihr unter ihn gegraben habt erst ab dem moment kann er euch hinten was bedeutet davor seid ihr safe davor könnt ihr so ein bisschen schauen dass es tief genug ist und so dass praktisch mit der letzten mit dem letzten spitzhackenschlag wenn er runter droppt dann so weit im loch ist dass er nicht mehr rausgehen kann alles in allem ja relativ einfach ihr müsst halt eben aufpassen denn er droppt euch schon so ja wenn ihr nicht blockt droppt er euch so ungefähr 100 leben also die solltet ihr auf jeden fall überschreiten habt am besten ein schild dabei denn dadurch kann er euch nicht so viel damage machen ich bin herzlich gemütlich weiter taten euch wünsche ich viel spaß bei der jagd wie gesagt kann doch einfach zum lox hinsneaken ihnen die bären hinwerfen und dann kann er sie auffressen doch gerade hier den ebnen ihr werdet hier länger als einen tag brauchen was bedeutet jetzt wird es gerade dunkel ich will mich gleich verziehen zumindest in die hütte gehen damit die damit die goblins uns nicht erreichen ich schaue jetzt nur noch mal wie weit es schon getamt ist aber schon bei zwei prozent ist aber noch nur bei einem prozent vier prozent sogar also es geht relativ zügig die bären liegen in ihm und ja wie gesagt ihr könnt jetzt schön er macht weiter headbanging scheinbar macht ihm das spaß ich will davon nicht abhalten wir danken mich fürs zuschauen hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns in einem meiner späteren videos bis dahin einen schönen tag und bis dann tschau tschau